Hallo und herzlich Willkommen an den Monitoren da draußen. Ich bin MacSnake. Ich zock für euch, Bestchen. So und nachdem in der letzten Aufnahme mein Rechner den Dienst verweigert hat, werden wir mal schauen, wie es jetzt weitergeht. So, das sieht ja erstmal schon mal ganz gut aus. Was? Jo. Was habe ich denn? Ich habe Machete, ich habe Duellpistolen, ich habe Handgranaten. Das reicht. Jo. Ich habe hier übrigens eine Chromophon, mit dem ich Spielmusik starten kann. Was das Spiel noch viel attraktiver macht. Weil ich den extrem guten Soundtrack, ich glaube, das habe ich schon erwähnt, ne? Ah, okay, ich gehe schon weiter. So, wir müssen jetzt aber diesen Bratz von den Wissenschaftlern recht retten. Da sitzt du irgendwo hier. Zultin Senke, Zier geortet. Die Ura haben ihren Angriff auf die Bastion von diesem Außenposten eingeleitet. Ach nee, Außen-Osten. Na. So, wenn das nur der Außen-Osten ist, dann wollen wir den Außen-Osten da mal rausholen. Los. Ich entschuldige mich hiermit. Das war natürlich nicht lustig. Das ist, aber... Das ist mitbeobenen für ihn, und es ist mitbeobenen für mich. Wir sehen uns also etwas entrepreneurInnen. Willkommen? So! Schut! 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 Go! Sie sahen ihn niemals kommen. Er hat seine Hand auf den Gebrauchstabschlag, die ich ihm sende. Wah! Oh! Ich sag Strahlengeschützturm. Paketenwerfer. Kabäm! So, weiter geht's. Hier unten gab es noch Sammeldinge und Steine zum Kaputtkloppen. Immer drufter. Und da, und da. Und mit Kriegsmacheten macht das so viel Spaß. Haia! Man kommt hier ein bisschen vor wie ein Samurai. Oder Ninja. Oder ein Samurai-Ninja. Gibt es Samurai-Ninjas? Wir werden's von nie erfahren. Aber auf jeden Fall Steine-Klopper. Und da. Wir haben's da mit Sicherheit und alles. Wir haben's da mit Sicherheit. Das ist sogar ziemlich fancy. Okay. Cool. Ah. Die sind schon. Still, they ain't used to having visitors around. Kabam. Das klang komisch. Hm. Wieso sind denn diese kleinen Grünen jetzt nicht weg? Okay. Die Munen gegen so einen Scheiß, huh? Ah, nicht die Munen gegen so einen Scheiß. Zack. Und ein Heiltrank. Sehr schön. So. Wird auch noch kaputt machen für die ganzen Splitter. 66 Stück. Das ist mal gar nicht so schlecht. Warum sind hier jetzt keine Splitter? Da sind sie doch. Sehr schön. Mehr Splitter. Aha. Whatever. Ich habe hier mal kaputt gemacht. Ich habe hier geprügelt. Aber ich bin jetzt kaputt. Die Euro muss jetzt in Panik sein. Okay, okay. Möchte ich statt der Machete was anderes? Was haben wir denn? Die Katastrophenkanone, hervorragend. Mörser, brauche ich Feuerball. Ist eine Überlegung eigentlich. Aber dann doch lieber den Schleicherspieß. Hier, Spiegelschild, kurze Zeit automatisch sämtliche Angriffe ablockt. Tja, Schleichertarnung, Tretmine, Leichtling, das habe ich alles hier noch nicht. Tja, na außer ich glaube, das ist vielleicht nicht so schlecht. Ja. Und ich habe einen Raketenwerfer. So. Ja. Und kabam. Der Spieße ist doch eine ganz gute Idee gewesen, weil er einfach viel Schaden macht und etwas längere Distanz hat. Ich würde jetzt quasi hier durchgehen und dieses Viecher rumflügen. So. In der Bewegung. Von der Klippe geschmissen. Etwas Verkohltes nehme ich mit. So, weiter geht's. Mehr Steine zum Druck machen. Yeah, yeah, yeah. Wow. Ja, und jetzt? Jetzt kann ich das nicht verlassen. Hm. Erstmal heilen. Und ich glaube, es ist tapiert mehr Fahrzeit. Zack! 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 Zack, die kaputt war das Stück! Jut. Dann will ich mich wohl doch mal lieben. Was immer du sagst, Doppel. Was immer du sagst. Und? Kabam. Kabam, kabam. Und Mist, ein Jura. Den können wir doch bestimmt verschießen. Ja gut, ich habe mich dabei auch selber ganz schön betroffen. Gebe ich ja gerne zu. Vielleicht ist es so ganz so clever. Aber ey. Wer denn her? War vielleicht nicht ganz so clever, aber es hat Spaß gemacht. So, dann gucken wir doch mal, was hier ist nicht wahr. Halt mal. Und etwas Übles. Nehme ich auch mit. So. Hm. Hm. Lass euch von der Frau kaputt machen. Oh. Das war, das war ja. Extrem saublöd. Aber immerhin eine Heilflasche gekriegt. Das entschädigt ein bisschen. Das war ja auch mit. Das war ja auch mit. Das war ja auch mit. Ich glaube, wir haben uns das nicht mehr verraten. Ich bin da. Ich bin da. Okilidokilid Weniger denken, glaube ich, ist der Trick, mehr mit Raketenwerfern rumschießen. Ja, unsere Leute kümmern uns die Klamide, aber hier sind wir, versuchen sie es zu fixieren. Genau, wir sind nämlich die Guten. Haha. What? Civilized Discourse? Wollte den Sohn quatsch machen? So. Na? Den nehmen wir auch noch mit. Ich glaube, alle Sulf sollten uns besser kennenlernen. Vielleicht hätte ich ihm vertraut. Ich habe ihm alles, was ich wusste. So. Das geht ja richtig gut, gerade von der Hand. Um ehrlich zu sein, ich hatte das ja vorher schon mal gespielt. Und dagegen ist alles andere als gut von der Hand. Der Ding ist ziemlich beschissen von der Hand. Oh! Endlich mal die blöde Klappe gehalten. Ich bin echt über... ... Mehrer... Oh, das gibt's nicht. Jetzt habe ich gerade gesagt, das geht super hier. Und was mache ich? Ich versau's komplett. Und jetzt? Also, wieder mehr konzentrieren. Ist persönlich für ihn. Und ist persönlich für mich. Und jetzt? Aber trotzdem mag ich den Speer. Die Katastrophen-Kanonen nehme ich mit. Ja, 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 ja. Sehr schön. Das ihnen aber auch nichts hilft. Weil ich jetzt ein Raketen-Kanonen habe. Was sowieso schon gespielt habe. Ach, herrje, herrje. Da ging es so gut. Und dann fang ich an zu glitzen. Das tut mir ganz schrecklich leid. Das ist ja für euch auch nicht wirklich spannend dann. Aber noch nicht. Aber noch nicht. Sie sind nicht verwendet worden. Sie haben diese Konduker-Kanonen, die sind alles, was zu halten. Das ist alles, was zu halten. Wenn man genug ist, dann die Klammity-Rocks fliehen. Und die Klammity-Rocks fliehen. dann die Klammity-Rocks fliehen. Ja, 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 ja. Na, kommt schon. Sterbt! Oh, was die Klammity-Rocks fliehen. So, und so. So, und so. Zack, 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 zack. Und so. Das ist jetzt auch nicht mehr interessiert. So. Ich möchte auch keine Waffen wechseln, dass das nicht so ganz gut stellt. Sie sollten ihre kleine Rattel-Tail-Pets auf die Kette schicken. Ja, aber die nerven schon auch nach der Zeit ganz schön. Ich bin ganz froh drumherum bündnest, dass die Laser nicht so fürchterlich viel Schaden am ersten auf den Level machen. Jetzt, glaube ich, dürfte ich dieses Level bis in alle Ewigkeit spielen. Und zwar nur noch dieses Level. Okay, wo ist der? Da oben ist er. Zurück mit Rex-Vogel. Du hast hierhin. Vor meinen Speer. Und so. Ja. Alles kaputt. Was verpohlt ist, nehme ich wieder mit. Und weiter geht's. Und ich mache es so wie eben. Es wird ein fröhliches Raketenwerfer-Geballere werden. Ich bin jetzt��요. dünn. Vielen, vielen Dank. Die Erre sind in der Mitte der Hallow. So. Und so. Zugegeben ist es nicht ganz unfair, wenn man das Level schon kennt. Aber auf der anderen Seite gibt es auch wenig Chance, es anders zu lösen. So, jetzt kommen wir wieder in den Bereich, den ich vorhin nicht hingekriegt habe. Hoffen wir mal, hoffe ich mal, drückt mir die Daumen, dass es jetzt ein bisschen besser klappt. Ansonsten krieg ich Föhn. Maximalst Föhn. Na komm. Geht doch. So, noch ein. Als hätte ich es gewusst. So, noch ein bisschen rumballern hier. So, noch ein bisschen. Lass Kenson lost to a Kinn. Chaka... Na? Whatever Aber mit mir als Spieler, glaube ich Sicher, da Auch da wusste ich ja, was da steht So, also die Stelle nochmal Und erstmal raus hier Oh, hab ich durch zwei mit einem Ein und so Erster Vogel Zweiter Vogel Puh Das ging ja jetzt ganz gut Aber jetzt nicht wieder So Einmal heilen Genau Und Schießen Und Bäm Und etwas verkehrtes Puh Wenn Das alles mal Irgendwann vorbei sein sollte Kein Raketenwender Werfer Wenn Geht Direkt Neben dir steht So Ich gucke mal Ich habe eine Kinderzeitung Das ist ja süß Erster Vogel Zweiter Vogel Na Das würde ich so leichtfertig Aber nicht sagen Way out there On the edge of the world That's where he finally finds you But it ain't like prosper love this time Ain't nothing for this girl to sing about now Zia Zia You weren't kidnapped No ma'am You just had to see what happened to the Earth Zurück zu Bastion. Wir mussten sehen, ob alles, was Zulfro zu dir gesagt hat, ist wahr. Untertitelung des ZDF, 2020